Willkommen auf meinem Kanal. Ich bin der Thomas und das, in dem ich hier drin sitze, ist mein Wohnmobil. Wieso und weshalb ich hier drin sitze, das erzähle ich euch gerne. Ich habe vor, in mein Wohnmobil zu ziehen. Ich habe gesagt, ich ziehe hier definitiv ein und werde auf Dauer hier wohnen bleiben. Erstmal nicht auf Reisen gehen, sondern ich werde in Deutschland bleiben und werde euch mal so berichten, wie es mir so ihr geht dabei. Was hat man alles so dazulernt, was für Probleme man hat und womit man fertig werden muss und wie das Leben generell so in einem Wohnmobil ist. Natürlich werde ich euch auch eine Roomtour zeigen, wie der Zustand ist gerade von einem Wohnmobil, was alles gemacht werden muss, was alles von mir abgeändert werden will und soll. Definitiv kommen ordentlich Videos. Wieso und weshalb ich jetzt ein fertig Wohnmobil gekauft habe und kein Van, den ich selbst ausgebaut habe. Wieso ich vielleicht so ein altes Merkes gekauft habe, so wie den hier, das ist ein Ducato 290er. Also das werden wir halt alles in den nächsten Videos besprechen. Wenn euch das interessiert, könnt ihr gerne meinen Kanal abonnieren und dranbleiben. Man sieht sich. Ciao.